Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder, mein Name ist Bernd Fritzges und ich kandidiere als Vorstandsvorsitzender für die Vereinigung der deutschen Veranstaltungsorganisatoren. Bitte entschuldigen Sie vorab, dass ich nicht live und in Farbe bei Ihnen bin, aber wenn Sie dieses Video sehen, dann bin ich gerade in den vollen Vorbereitungen der Veranstaltung Werte 2.0, aber Sie werden gleich ja noch die Möglichkeit haben, via Videochat Ihre Fragen direkt an mich zu stellen. Ich möchte mich ganz kurz bei Ihnen vorstellen, gerade für diejenigen unter Ihnen, die mich noch nicht so richtig kennen. Ich bin gemütiger Berliner, liebe jetzt südlich von Hamburg und habe bereits in jungen Jahren, im Alter von 18 Jahren, in unternehmerischer Verantwortung große Public Events mit bis zu 10.000 Teilnehmern veranstaltet. Das habe ich über viele Jahre gemacht, bevor ich dann weitere Etappen hatte im internationalen Messegeschäft und auch in der Seminarorganisation im Agenturgeschäft, bevor ich dann zu Intergerma gewechselt bin im Jahre 2008 und den Bereich Tagungsservice bei Intergerma bzw. Solutions mit aufbauen konnte und bin seit letztem Jahr Mitglied der Geschäftsleitung von Intergerma. Sie alle kennen die Situation um Intergerma, deswegen möchte ich Ihnen hier auch schon mitteilen, dass ich zum 30.06. dieses Unternehmen verlassen werde, aber ich werde auf jeden Fall sofort im Anschluss eine neue verantwortungsvolle Position in diesem Bereich wieder in Angriff nehmen, worauf ich mich jetzt schon richtig freue. Ich bin ein Mann der Praxis mit dem Mut auch zu Veränderungen, aber ich achte auch auf werteorientiertes und nachhaltiges Miteinander, denn wir müssen die Interessen, ihre Interessen, die Interessen der Mitglieder mit einfließen lassen, woraus wir ein riesiges Potenzial schöpfen können, denn dieser Verband hat ein großes Potenzial. Dies motiviert mich auch, extrem für diese Position zu kandidieren. Wir haben aber auch starke Veränderungen im Markt, die Chancen für uns geben, flexibel darauf zu reagieren und diesen Veränderungsprozess als Verband mit zu begleiten und mit zu bestimmen. Wir haben starke Veränderungsprozesse im technischen Segment. Marktteilnehmer verändern sich. Ich selbst kann davon gerade ein Lied singen. Also lassen Sie uns gemeinsam die Potenziale nutzen, die in diesem Verband stecken. Denn Veranstaltungsplaner sollen sich in diesem Verband über Content, über Inhalte und die fachliche Kompetenz definieren. Vielen Dank, dass ich mit dieser Videobotschaft einmal zu Ihnen heute sprechen durfte. Wir sehen uns gleich noch in der Skype-Week-Konferenz. Darauf freue ich mich.